so die straße bin ich jetzt gerade gefahren mit meinem superbike wie man sehen kann total gefährlich über lauter sand rutscht man immer total weg jetzt sieht das ja hier erstmal mehr so total abgefuckt aus aber jetzt drehe ich mich mal in die richtung und latsche einfach mal da rüber und dann gibt es hier die riesenüberraschung was dieses was diesen platz auf der erde angeht also ich würde sagen frohe weihnachten